Sie wissen, Ihre Veranstaltung verdient einen hochwertigen Veranstaltungsraum. Perfekte Akustik. Ihr Publikum wird es lieben. Hochwertige Präsentationsmöglichkeiten. Soundanlage im Preis inbegriffen. Sie werden sich hier wohlfühlen. Unser Eventraum ist der einzige in der Oststeiermark, bei dem Sie sich garantiert auf das Equipment verlassen können. Weil im Hintergrund einer der besten Multimedia-Ausstatter für die Technik sorgt. Christoph Schirnhofer, Geschäftsführer Multimedia Schirnhofer. Hallo lieber zukünftiger Eventraum-Benutzer. Die meisten Menschen, die vorhaben, einen Vortrag zu halten, stellen sich eine Frage. Wo finde ich einen Veranstaltungsraum, der angenehm, hochwertig und dennoch preiswert ist? Denn viele Vortragende haben Ängste. Besonders, wenn es sich um den ersten Vortrag ihres Lebens handelt. Ängste wie, was ist, wenn ich zu wenig Teilnehmer habe? Was ist, wenn der Vortrag nicht hochwertig rüberkommt, weil die Location schlecht gewählt ist? Was passiert, wenn das Equipment ausfällt? Was ist, wenn die Akustik fürchterlich klingt? Ich kann Sie beruhigen. Unser Eventraum bietet Ihnen für alle diese Fragen eine Antwort. Naja, bis auf die erste Frage. Und das bietet Ihnen unser Raum. Der Raum ist großzügig und lichtdurchflutet. Ihre Zuhörer werden das Ambiente genießen und Ihr Vortrag wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das beste Equipment steht Ihnen auf Wunsch zur Verfügung. Lichtstarke Videobeamer oder Fernseher lassen Ihre Folien und Videos im richtigen Licht erstrahlen. Die besten Lautsprecher bringen Ihre Stimme klar und präsent zu Ihrem Publikum. Für Ihre Gäste steht genug Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein toller Schankbereich sorgt in der Pause für gute Laune für Ihre Besucher. Für was ist der Eventraum? Besonders geeignet. Für Kurse. Das richtige Ambiente, um Ihren Teilnehmern etwas zu lernen. Für Vorträge. Im entspannten Ambiente wird Ihnen garantiert aufmerksam zugehört. Für Seminare. Ihre Mitarbeiter werden Sie dafür loben. Für Vorführungen. Ihr Training, Ihre Show, Ihre Aufführung wird ein voller Erfolg. Ich bin Christoph Schirnhofer und ich unterstütze Menschen dabei ein tolles Event zu veranstalten. Mit dem Eventraum, der sich im Schirnhofer Multimedia Center befindet, steht Ihnen das perfekte Ambiente zur Verfügung. Mit meiner Erfahrung im Multimedia Bereich, nehme ich Ihnen alle Sorgen rund um das Equipment ab. Sie brauchen sich nur um Ihre Veranstaltung zu kümmern. Die Technik können Sie getrost uns überlassen. Das sagen die Menschen. Der Vortrag war ein voller Erfolg. Zum Glück habe ich diesen Raum gemietet. Die Menschen haben sich wohl gefühlt und jede Minute genossen. Bernhard Schirnhofer. Und diese Fragen wurden uns schon gestellt. Der Raum ist sicher teuer. Ganz im Gegenteil. Zum Beispiel die Halbtagspauschale. Das sind vier Stunden vormittags oder nachmittags oder abends. Beginnt bei 15 Personen und schon ab 50 Euro. Und ein Ganztagesseminar von 8 Uhr bis 17 Uhr für 15 Personen beginnt schon bei 90 Euro. Gibt es dort genug Parkmöglichkeiten? Ja, es gibt genug Parkmöglichkeiten. Direkt vor dem Veranstaltungshaus. Ist die Anreise zu lang oder zu kompliziert? Der Veranstaltungsraum liegt zentral im Großraum Hartberg und ist aus dem Bezirk Hartberg leicht und schnell zu erreichen. Für eine Anfahrt zum Beispiel aus Graz braucht man ca. 40 Minuten. Ist das ein dunkler, finsterer Raum? Nein, es gibt sehr viele Fensterflächen, welche den Raum am Tag mit Sonnenlicht füllen. Für die Abend- oder Nachtstunden ist ausreichend dimmbares Licht vorhanden. Sodass Ihr Vortrag immer im optimalen Licht gestaltet werden kann. Ist die Akustik im Raum schlecht? Nein, die Akustik ist sogar sehr gut. Außerdem ist schon in der Grundausstattung eine hochwertige Tonanlage im Begriff. Für größere Veranstaltungen oder wenn es gewünscht ist, kann man sich auch die hochwertigen Funkmikrofone zu einem besonders günstigen Preis ausborgen. Damit Ihre Stimme überall gut zu hören ist und Ihre Botschaft auch wahrgenommen wird. Werden sich meine Besucher wohlfühlen? Absolut! Die gute Bestuhlung, der große, lichtdurchfluttete Raum und das Ambiente sorgen für Ihre Besucher für einen mehr als guten Eindruck. Muss ich mein eigenes Equipment mitnehmen? Nein! Sie bekommen vor Ort alles, was Sie für Ihren Vortrag brauchen. Videobeamer, Fernseher, Computer, Musikanlage, Mikrofone, Flipchart – alles in bester Qualität vorhanden. Buchen Sie jetzt Ihren Eventraum. Unser Raum ist perfekt ausgestattet. Bietet das hochwertige Ambiente, das Ihr Vortrag verdient und ist auch noch sehr günstig. Buchen Sie jetzt!